Kupdi-Asana, auch genannt Kobadi-Asana und manchmal geschrieben Kupri-Asana, wörtlich Krückenstellung. Bezieht sich darauf, dass im alten Indien, gerade in den Tantra-Traditionen, gerne eine Krücke oder ein Stock verwendet wurde, um den Strom des Pranas durch Ida und Pingala und damit durch linke und rechte Nasenlöcher zu regulieren. Moritz zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, eine sitzende Stellung, von hier beuge ein Knie und gib den Fuß neben den anderen und dann gib das Knie unter die Kniekehle. Und wenn das genau dabei der mittlere Achselhöhlenpunkt gut gedrückt ist, dann ändert sich das Prana in den Nasendurchgängen. Wenn du zum Beispiel das rechte Knie unter der rechten Achselhöhle hast, öffnet sich das linke Nasenloch. Und wenn das linke Knie unter der linken Achselhöhle hast, öffnet sich das rechte Nasenloch. Es gilt als vorteilhaft, wenn du zum Beispiel essen willst, dass die Energie im rechten Nasenloch stärker ist, dass du also besser durchs rechte Nasenloch atmen kannst, dann wird Pingala stärker, die Sonnenenergie und damit Agni, das Verdauungsfeuer. Wenn du etwas Neues tun willst dagegen, ist es gut, wenn das linke Nasenloch offen ist und damit Idanadi und damit die Mondenergie und damit Empfänglichkeit für Neues. Übrigens, die alten Yogis haben statt dem Knie auch manchmal eine spezielle Form einer Krücke verwendet, die sie auch unter die Achselhöhle gegeben haben, um das Prana auszugleichen. Du kannst auch versuchen, so mit den Knien zu arbeiten, dass beide Nasendurchgänge offen sind. Du kannst erst, wenn das rechte Nasenloch öffener ist, kannst du dir das rechte Knie unter die rechte Achselhöhle geben, solange bis das linke auch offen ist. Eventuell musst du das ein paar Mal machen, dann sind beide Nasendurchgänge offen und danach kannst du gut meditieren. Übrigens könntest du den gleichen Effekt erreichen, indem du gleichzeitig beide Knie unter beide Achselhöhlen gibst, was Moritz jetzt auch gerade zeigt. Und mit etwas Übungen gelingt es dir dann, das Prana gut auszugleichen. Und wenn du dich anschließend hinsetzt für die Meditation, fällt das besonders leicht. Tipps zur Meditation wie auch zu allen Asanas findest du im wiki.yoga-vidya.de, das umfangreichste Yoga-Lexikon im deutschsprachigen Raum. Und viele Übungsanleitungen findest du in der Yoga-Vidya-App. Und wenn du auf yoga-vidya.de-seminare gehst, findest du viele Seminare bei Yoga-Vidya. Und vielleicht triffst du dann auch mal Moritz, der auch bei Yoga-Vidya Yoga-Lehrer ist. Und vielleicht triffst du dann auch mal Moritz, der auch bei Yoga-Vidya Yoga-Lehrer ist.